Acht Hektar erstreckt sich der Fantasianer Erlebnispark in Straßwalchen. Der Themenpark lockt mit vielen Stationen, egal ob im Wasser oder in luftiger Höhe. Der Night's Ride Tower ist nicht nur das neueste und höchste Gebäude, sondern auch die schnellste Attraktion des Erlebnisparks. In unseren Turm fliegt der Freefall herunter von 20 Meter im Finsteren. Und das ist also absolut schrecklich. Das ist der Wahnsinn! Erst im Februar haben auf einer Fläche von 230 Quadratmetern die aufwendigen Bauarbeiten des Turms begonnen. Modernste Elektronik macht Monate später nicht nur einen Höllenritt möglich, umgesetzt. Ja, es sind immer so verschiedene Etagen. Das fährt immer eins her, in einer ist einmal ein speinender Drache, dann kommt einmal eine Schlange. Es wird so auf die Wand gebeamt und dann sieht man so riesige Schlangen. Da sind dann so kleine Schläuche, die was auf die Füße kitzeln, da schreckt es einem voll. Starke Nerven sind im Night's Ride Tower auch bei Erwachsenen gefragt. Ich fühle mich gerade wie ein kleines Kind, glaube ich. Also Spannung und Aufregung und wie wird das werden, aber ich traue mich da heute drüber. Also werde über meinen Schatten springen. Und dann wird es ernst. Mit einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern rasen die Besucher den Turm hinunter. Total cool, also voll cool. Voll cool, ha ha ha, ein Wahnsinn. So glas, voll geil. Es war super, ich mag nochmal. Ein Adrenalinkick, Sondergleichen. Das wär doch was.